Heute mit Tobias Klein. Der Klimawandel hat ein paar Jahre lang eine Pause gemacht. Nun setzt er sich aber wieder fort. Auch in diesem Jahr werden wir voraussichtlich wieder einen Anstieg der Temperatur auf unserer Erde verzeichnen müssen. Der Forscher, der diese Pause des Klimawandels vorhergesagt hat, ist Mujib Latif, Meeres- und Klimaforscher aus Kiel. Er ist in diesem Jahr mit dem Deutschen Umweltpreis der Deutschen Bundesstiftung Umwelt ausgezeichnet worden und mit ihm habe ich über den Klimawandel gesprochen. Herr Latif, wenn wir mal auf den vergangenen Sommer in Deutschland zurückblicken, wie zufrieden sind Sie denn damit? Naja, er war in vielen Teilen Deutschlands also deutlich zu warm, hat extreme Temperaturen gerade im Süden gebracht und insofern war er ein weiteres kleines Mosaikstückchen dafür, dass wir tatsächlich auf dem Weg in die Klimaerwärmung sind. Also das deutet tatsächlich, also dieser trockene heiße Sommer, das deutet tatsächlich schon auf den Klimawandel hin? Ja, denn es ist ja nicht der erste so heißer Sommer und ich vergleiche es eben immer gerne mit diesem berühmten gezinkten Würfel. Wir sind dabei, den Wetterwürfel auf die 6 zu zinken. Das heißt also, die 6 kommt schon häufiger, aber natürlich kommen die anderen Zahlen auch. Aber die Häufung der 6 oder jetzt auch wetterbezogen die Häufung dieser milden, sehr warmen Winter ist schon ein klares Indiz dafür, dass der menschengemachte Klimawandel voll im Gange ist. Es gibt Regionen auf der Welt, wo sich der Klimawandel noch deutlicher bemerkbar macht. Wo liegen diese Regionen? Ja, das ist regional natürlich sehr unterschiedlich, hängt jetzt auch von den Parametern ab, die man betrachtet. Normalerweise guckt man sich zunächst einmal die Temperatur an, man spricht ja von globaler Erwärmung. Dort in der Arktis haben wir die höchsten Erwärmungen zu verzeichnen. Das Eis schmilzt rapide in dieser Region und das ist ja auch hinlänglich bekannt, unter anderem natürlich durch den berühmten Eisbären. Aber ein ganzes Ökosystem hängt natürlich an der Existenz des Eises. Letzten Endes auch der Grill, der ja irgendwo am Anfang der Nahrungskette steht. Wenn wir andere Parameter betrachten, wie zum Beispiel den Meeresspiegelanstieg, auch der entwickelt sich regional sehr, sehr unterschiedlich. Dann ist hier der westliche tropische Pazifik zu nennen, wo der Meeresspiegel im Moment dreimal schneller steigt als im weltweiten Durchschnitt. Wir wissen nicht genau, woran das liegt, ob das schon eine Folge des Klimawandels ist, dass es dort besonders schnell geht oder ob es eine natürliche Schwankung ist. Aber Tatsache ist, denen steht schon fast buchstäblich das Wasser bis zum Hals. Da können wir später nochmal drauf eingehen. Wir hatten jetzt eine lange Phase, wo man den Klimawandel nicht so richtig gespürt hat. Viele haben da von einer Pause des Klimawandels gesprochen, diese Pause wurde auch prognostiziert. War das wirklich eine Pause oder haben wir das einfach nur nicht so zu spüren bekommen? Naja, also ich habe es ja selbst vorhergesagt. Ich habe ja auch diesen Begriff der Pause letzten Endes formuliert in meiner Arbeit, die ich 2008 mit meinen Kollegen veröffentlicht hatte. Und wir haben eben damals gesagt, es wird eine Phase geben von mehreren Jahren, in denen die Oberflächentemperatur der Erde nicht weiter steigen wird, aber danach umso schneller. Diese Phase ist jetzt vorbei. 2014 war wieder ein neues Rekordjahr. 2015 mit ganz großer Wahrscheinlichkeit wird wieder ein Rekordjahr werden. Und das ist einfach so, denn wir haben ein Miteinander von langfristiger Erwärmung, die durch den Menschen verursacht ist und kurzfristigen Schwankungen, die natürlicher Art sind und die überlagern sich. Und mal verstärken die natürlichen Schwankungen gewissermaßen den menschlichen Trend, dann haben wir eine besonders schnelle Entwicklung. Oder sie verlangsamen eben die menschliche Entwicklung, je nachdem in welche Richtung jetzt die natürlichen Schwankungen gerade ausschlagen. Deswegen darf man eben nie kurze Zeiträume betrachten. Selbst ein Jahrzehnt ist nicht lang genug. Man muss schon viele, viele Jahrzehnte betrachten, nur dann kann man tatsächlich den menschlichen Einfluss auch eindeutig identifizieren. Sie haben den menschlichen Einfluss genannt. Wie kommt das? Also wie verändert der Mensch das Klima? Ja, das ist eigentlich ein ganz alter Hut. Das wussten meine Kollegen schon Ende des 19. Jahrhunderts. Es geht hier in erster Linie um das Kohlendioxid, CO2 und wir stoßen ja gewaltige Mengen CO2 aus, indem wir Energie erzeugen. Und das machen wir hauptsächlich zu über 90 Prozent über die Verbrennung der fossilen Brennstoffe, also Erdöl, Erdgas und Kohle. Und wann immer wir das tun, entsteht CO2. Das können wir einfach nicht vermeiden. Denn CO2, das weiß man eben schon sehr lange, wärmt die Atmosphäre und mehr CO2 führt dann eben automatisch zu einer globalen Erwärmung. Und das können wir eben schon seit ungefähr 100 Jahren messen, dass in dem Maße, wie das CO2 steigt, auch tatsächlich die Erdtemperatur steigt. Das ist der berühmt-berüchtigte Treibhauseffekt, oder? Ja, wir sprechen hier vom Treibhauseffekt, aber wissenschaftlich exakt darf man nicht Treibhauseffekt sagen, sondern zusätzlicher Treibhauseffekt. Denn der Treibhauseffekt ist eine völlig normale Eigenschaft der Erdatmosphäre, die garantiert überhaupt, dass es hier Leben auf unserem Planeten gibt. Denn der natürliche Treibhauseffekt, der hat eine Größenordnung von über 30 Grad. Das heißt, hätten wir nicht ohnehin so ein Gas wie CO2 oder Wasserdampf oder Methan in der Luft, dann hätten wir hier eine Eiswüste. Und insofern geht es hier nicht um den Treibhauseffekt an sich. Der ist super, der garantiert die milden Bedingungen auf der Erde, sondern es geht darum, dass wir den Treibhauseffekt verstärken. Wir müssen also den CO2-Ausstoß verringern. Das ist der Klimakiller. Wie können wir das tun? Müssen wir da unsere Wirtschaft umstellen? Ja, ich sehe keine andere Möglichkeit, als die Weltwirtschaft umzustellen. Das ist nun keine radikale Forderung. Das ist auch von der Weltpolitik anerkannt. Zuletzt formuliert beim G7-Gipfel in Elmau. Da haben ja die Regierungschefs tatsächlich davon gesprochen, die Weltwirtschaft zu dekarbonisieren. Allerdings erst 2100. Ich persönlich glaube, das geht schneller und für das Klima wäre es auch gut, wenn es schneller ginge. Was glauben Sie, wie ist Ihre Einschätzung? Können wir das schaffen, diesen Klimawandel noch aufzuhalten oder ist es eigentlich schon zu spät und wir müssen uns mit den Folgen verstärkt auseinandersetzen? Naja, sowohl als auch. Also das Klima ist träge. Wir haben ja schon eine gewisse Erwärmung realisiert und diese Erwärmung wird auch weitergehen. Das ist so wie mit einem Auto, bei dem Sie Vollgas geben und wenn Sie erstmal eine bestimmte Geschwindigkeit erreicht haben, dann ist der Bremsweg schon ziemlich lange. Und insofern befinden wir uns in dieser Situation, selbst wenn wir heute kein CO2 mehr ausstoßen würden, würde die Erderwärmung trotzdem einige Jahrzehnte weitergehen. Insofern sind wir eigentlich schon weiter in der Erwärmung drin, als wir es tatsächlich an der Oberfläche messen können. Aber klar, die ganz schlimmen Änderungen, die kann man natürlich noch vermeiden und das ist eigentlich auch immer meine Botschaft. Es lohnt sich, etwas zu tun, wenn wir es wirklich wollen, dann kann man unser Klima noch auf halbwegs akzeptablem Niveau stabilisieren. Das ist natürlich die Frage, worauf steuern wir denn zu? Also wie wird sich das Klima in Zukunft Ihrer Meinung nach ändern? Ja, also wir sprechen ja von Erwärmung. Also die Erwärmung wird weitergehen. Wenn wir keinen Klimaschutz bekommen, wenn alles so weitergeht wie in den letzten Jahrzehnten, denn in den letzten Jahrzehnten war es tatsächlich so, dass Jahr für Jahr der CO2-Ausstoß immer weiter gestiegen ist. Wenn wir also so weitermachen bis zum Ende des Jahrhunderts, wir wirklich immer weiter den Ausstoß steigern, das ist theoretisch möglich. Wir haben noch genug fossile Reserven, dass man das in Anführungsstrichen hinbekommen könnte. Dann hätten wir nochmal eine zusätzliche Erwerbung von vielleicht 4 Grad. 5 Grad, das bedeutet mit dem einen Grad zusammen, das wir schon realisiert haben, 5 Grad. Und 5 Grad entspricht etwa dem Temperaturunterschied zwischen einer Eiszeit und einer Warmzeit. Das sind also gigantische Klimaänderungen, die wir uns glaube ich gar nicht vorstellen könnten. Und das eigentlich Fatale ist, dass das jetzt nicht in Jahrmillionen passiert oder in Jahrtausenden, sondern in nur 100 oder 200 Jahren. Und dadurch gerät die Atmosphäre praktisch in einen Ausnahmezustand. Und die Natur kann sich darauf praktisch kaum anpassen. Es wird zu Klimaextremen wahrscheinlich führen. Wird es in Zukunft häufiger beispielsweise Dürren geben? Ja, das hängt ganz entscheidend von der Region ab. Also es wird sowohl mehr Dürren geben, es wird andererseits auch mehr starke Niederschläge geben. In einigen Regionen, und Deutschland gehört dazu, wird beides häufiger werden. Das klingt vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber das sind zwei Seiten, ein und derselben Medaille. Und diese Medaille, die heißt eben Erwärmung. Und unsere Modelle zeigen eben, dass wir einerseits tatsächlich mit längeren Trockenperioden zu rechnen haben. Klar mit heißeren Temperaturen, aber dann eben auch mit mehr sinnflutartigen Niederschlägen, die dann immer wieder zu Überschwemmungen führen. Und ja, dann muss man sich die Region genau angucken, wenn man jetzt wissen will, wie sich die Extreme ändern. Also in bestimmten Regionen können sich die Dürren weiter häufen. In anderen Regionen nehmen die Niederschläge insgesamt zu. Dann gibt es wieder Regionen, die von tropischen Wirbelstürmen heimgesucht werden, die möglicherweise mehr heftige Stürme bekommen können. Und so muss man dann immer genau sehen, wo etwas passiert und welches Wetterextrem jetzt welche Region dann auch heimsuchen wird. Sie haben die steigenden Temperaturen, die schmelzenden Eisschilde schon angesprochen, beziehungsweise sind auch schon auf den Meeresspiegel, der ansteigt, zu sprechen gekommen. Das wird ein großes Problem werden, oder? Also das heißt, es werden wahrscheinlich ziemlich viele Menschen Gefahr laufen, ihre Umgebung, ihre Lebensumgebung zu verlieren. Kürzlich wurden die Prognosen auch korrigiert. Der Meeresspiegel soll voraussichtlich mindestens um einen Meter steigen in den nächsten 100 bis 200 Jahren. Was glauben Sie, also wird das wirklich so extrem werden? Naja, Tatsache ist, dass der Meeresspiegel steigt. Der Anstieg bisher, der beträgt ungefähr 20 Zentimeter, also seit 1900. Gerade im westlichen Tropischen Pazifik ist er ja dreimal schneller als im weltweiten Durchschnitt. Und da bedroht er tatsächlich schon die tiefliegenden Inseln. Und die Zukunft wird zeigen, wie schnell der Meeresspiegel steigt. Wir können es nicht genau sagen, das hängt jetzt davon ab, wie sich die großen Eismassen verhalten. Also Grönland und die Westantarktis, die haben begonnen, sich zurückzuziehen. Das heißt, sie zeigen Netto-Massenverluste. Sie tragen jetzt schon zum Meeresspiegelanstieg bei. Und hier liegt die große Unsicherheit. Wir wissen nicht genau, wie schnell tatsächlich sich diese gigantischen Eismassen zurückziehen können. Und deswegen kann es bis zum Ende des Jahrhunderts vielleicht knapp ein Meter sein. Aber wer weiß, vielleicht sind es auch 1,50 Meter oder zwei Meter. Da muss man ganz ehrlich sagen, stochen wir so ein bisschen im Nebel, weil wir einfach nicht genug Daten auch aus dem Innern dieser Eispanzer haben. Die sind ja Kilometer dick und die entziehen sich also zum Großteil unseren neugierigen Blicken. Also da immer noch eine sehr große Unsicherheit. Wir hören immer viel vom steigenden Meeresspiegel. Wir hören viel von Dürren und auch von heftigen Niederschlägen. Aber was oftmals noch nicht so häufig auch in den Medien vorkommt, das sind die Ozeane, mit denen sie sich aber auch viel beschäftigt haben. Und soweit ich weiß, sind die Ozeane auch eine große Unbekannte. Denn die Ozeane nehmen viel CO2 auf. Was passiert dadurch mit den Ozeanen? Was sind die Folgen davon? Ja, die Ozeane wirken auf das Klima in ganz unterschiedlicher Art und Weise. Auf der einen Seite, wenn wir noch mal kurz auf die Erwärmung zu sprechen kommen, sie nehmen einen Großteil der Wärme auf, die durch das Meer an Treibhausgasen in der Luft entstanden ist. Über 90 Prozent der Wärme ist während der letzten 40 Jahre in den Ozeanen verschwunden. Und das ist gewissermaßen der Verzögerungseffekt. Diese Wärme wird wieder allmählich an die Atmosphäre abgegeben werden. Und deswegen sehen wir eben noch gar nicht so richtig, wie weit wir im Klimawandel stecken. Zweitens, diese Erwärmung dieses gewaltigen Wasserkörpers führt auch zum Meeresspiegelanstieg. Von den 20 Zentimetern Meeresspiegelanstieg, die wir bisher gemessen haben, geht ungefähr die Hälfte auf diese Wärmeausdehnung zurück. Und dann nehmen die Meere auch noch Kohlen-Dioxide auf. Also der Stoff, aus dem gewissermaßen die globale Erwärmung ist. Und das muss zwangsläufig zu deren Versauerung führen. Das haben wir ja wahrscheinlich alle in der Schule gelernt. H2O und CO2 gibt H2CO3, also Kohlensäure. Und diese Versauerung, die können wir auch schon messen. Sie findet überall in den Weltmeeren statt. Und auch hier wieder in der Arktis am stärksten. Insofern ist die Arktis in zweierlei Hinsicht im Besonderen betroffen. Einerseits, weil die Erwärmung ohnehin am stärksten ist. Zum anderen, weil die Versauerung am stärksten ist. Und das muss auch so sein. Denn die Löslichkeit für Gase, also auch für CO2, hängt von der Temperatur ab. Je kälter es ist, umso besser kann das Wasser Gase lösen. Und deswegen finden wir eben die stärkste Versauerung in den Weltmeeren. Aber das ist nicht das Einzige, dass der pH-Wert sich verändert. Wir messen ja den Säuregrad mit dem pH-Wert. Sondern es werden auch Karbonat-Ionen verbraucht. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert. Aber das ist letzten Endes der Baustoff, den viele Organismen brauchen, um zum Beispiel Kalkskelette zu bauen. Also wie die Korallen. Oder um Schalen zu bilden, wie Muscheln. Oder um kleine Strukturen zu bilden, wie zum Beispiel kleine Krebse und so weiter. Das heißt also, hier tickt möglicherweise eine Zeitbombe in den Ozeanen durch die Versauerung der Meere. Was sind noch weitere Folgen der Versauerung der Ozeane? Ja, also es sind ja diese beiden Prozesse. Einmal die Änderung des Säuregrads. Der Säuregrad hat sich schon seit Beginn der Industrialisierung um 30 Prozent erhöht. Und dann eben genau dieses Defizit an Karbonat. Und die beiden Dinge, und das ist ja das Gefährliche daran, die passieren ja gleichzeitig. Das ist ja nicht so, dass nur eins davon passiert oder das andere. Und dann passieren ja noch andere Dinge, wie zum Beispiel Meereverschmutzung. Und wenn wir uns beispielsweise die Korallen hernehmen, die tropischen Korallen, die leiden ja unter ganz vielen verschiedenen Dingen. Alleine die Erwärmung kann die schon absterben lassen, wenn sie zu hoch wird. Und jetzt kommt noch die Versauerung hinzu und die ganze Meeresverschmutzung. Und wenn wir nicht schleunigst besser Acht geben auf die Meere, dann können also wirklich viele, viele marine Ökosysteme einfach kippen und damit auch die Artenvielfalt extrem zurückgehen. Was passiert denn mit den Meereströmungen? Die können wahrscheinlich auch sich verändern. Ja, die Meereströmungen können sich verändern. Auch hier muss man genau betrachten, welche Meereströmung jetzt betroffen ist. Viele kennen ja die Goldstromproblematik, kann infolge eines Klimawandels, infolge einer großen Eisschmelze, durch die eben sehr viel Süßwasser ins Meer gelangt, tatsächlich der Motor des Goldstroms in Stocken kommen oder nicht. Wir gehen davon aus, dass es bei einem ungebremsten Klimawandel, also bei massiven Erwärmungen, dann auch tatsächlich zu signifikanten Abschwächungen kommen wird. Wir denken so in einem Worst-Case-Szenario, also so business as usual, wenn alles so weitergeht wie bisher, ohne großen Klimaschutz, dass wir vielleicht mit einer Abschwächung von 30 Prozent bis zum Ende des Jahrhunderts zu rechnen haben. Dann gibt es andere Meeresbereiche, in denen auch Strömungen betroffen sein können, beispielsweise der tropische Pazifik mit dem El Niño-Phänomen, das ja auch letzten Endes an der Struktur der Meereströmung hängt. Oder auch im südlichen Ozean der antarktische Ringstrom, der um die Antarktis fließt und auch eine enorme Bedeutung für die Ökosysteme hat. Nochmal ganz kurz zum Golfstrom. Das würde uns ja stark betreffen. Was wären denn die Folgen für Europa, wenn der Golfstrom sich abschwächen würde? Also es wäre in erster Linie eine regionale Auswirkung, keine globale. Und in der Tat wäre es so, dass die Erwärmung etwas gemildert werden würde durch die Reduktion des Golfstroms. Das heißt also, wir hätten vielleicht nicht 5 Grad Erwärmung in Norddeutschland, sondern vielleicht nur 4 oder 3 Grad Erwärmung. Also es ist schon ein relativ begrenztes Gebiet, das davon beeinflusst wäre. Also der nordatlantische Raum, den ja der Golfstrom mit seinem Wärmetransport versorgt. Aber das ist es dann schon. Also Szenarien wie zum Beispiel eine Eiszeit, die gibt es nur in Hollywood, aber die sind nicht real. Wir haben jetzt viel über den Klimawandel gesprochen und Sie haben ja den Deutschen Umweltpreis auch deshalb bekommen, weil Sie die komplexen Sachverhalte des Klimawandels so gut erklären. Brauchen wir wirklich diese Vereinfachung oder nicht Vereinfachung, aber dieses Erklären, weil wir alle zu wenig über den Klimawandel wissen oder brauchen wir das vielleicht auch, weil wir ihn eigentlich zu wenig ernst nehmen? Ich glaube, das eigentliche Problem ist, dass der Klimawandel nicht so spürbar ist. Also die Bedrohung ist nicht offensichtlich, weil sich der Klimawandel schleichend entwickelt, weil er in erster Linie die nachfolgenden Generationen betrifft. Und deswegen muss man schon versuchen, deutlich zu machen, worum es hier eigentlich geht. Und insofern muss man auch immer gute Bilder finden. Klar muss man auch vereinfachen, aber das muss dann immer in Maßen geschehen. Das heißt, die wissenschaftliche Seriosität darf darunter auch nicht leiden. Und das ist natürlich ein schmaler Grad, auf dem man sich bewegt. Und ich hoffe, dass ich den nicht zu oft verlasse bei meinen Statements. Und andererseits, finde ich, muss Wissenschaft auch Rechenschaft darüber abgeben, was sie eigentlich tut. Also dieses Elfenbeinturmdenken, das gehört, glaube ich, der Vergangenheit an. Das war gestern. Heute ist auch ein Wissenschaftler gefragt, sich zu artikulieren und irgendwo der Gesellschaft, die ja letzten Endes auch bezahlt, klar zu machen, worin eigentlich seine Arbeit besteht. Haben Sie das Gefühl, dass der Klimawandel dann tatsächlich bei uns in der Wahrnehmung und auch in den Medien so ein bisschen in den Hintergrund auch gerückt ist? Müssen wir uns da wieder stärker drum kümmern? Ja, wir müssen uns schon um den Klimawandel kümmern. Aber der Klimawandel ist ja eigentlich auch nur ein Symptom. Nur in Anführungsstrichen. Es geht ja letzten Endes darum, wie wir auf diesem Planeten eigentlich leben wollen. Denn die Art und Weise, wie wir auf diesem Planeten leben, die Art und Weise, wie schnell wir die natürlichen Schätze, die uns die Erde kostenlos zur Verfügung stellt, verbrauchen, die ist nicht zukunftsfähig. Man sagt oftmals auch dazu, die ist nicht nachhaltig, aber ich finde eigentlich den Begriff der Zukunftsfähigkeit treffender. Also so wie wir leben, ist es nicht zukunftsfähig. Und darüber müssen wir uns Gedanken machen. Und da ist Energie eben ein wichtiger Punkt. Ich meine, man muss sich mal überlegen, wie wir Energie erzeugen. Also wir verbrennen etwas, um Energie zu erzeugen. Das ist ja nun wirklich in gewisser Weise lächerlich. Das haben schon die Steinzeitmenschen gemacht. Die haben auch schon etwas verbrannt, um sich zu wärmen, also um Energie zu erzeugen. Und das entspricht doch nun wahrlich nicht unserem Intellekt. Und wir zahlen auch noch viel Geld dafür. Mit den erneuerbaren Energien wäre es viel, viel billiger. Und letzten Endes würde man auch die Umwelt kaum belasten. Und insofern sind eigentlich, wenn man mal darüber nachdenkt, die erneuerbaren Energien konkurrenzlos gegenüber den konventionellen Energien. Und es sind nur die kurzfristigen wirtschaftlichen Interessen, die dagegen stehen. Gegen die langfristigen Interessen der Menschen selbst und natürlich der Umwelt. Ich habe auch mal das Gefühl, dass der Verbraucher sich vielleicht ein bisschen ändern muss und vielleicht ein Umdenken da auch im Kopf stattfinden muss. Denn wenn man mal schaut, ein harter Winter reicht aus und die ganze Diskussion ist dann wieder weggefegt. Ein regionaler harter Winter um den Klimawandel. Das ist so meine Erfahrung, die ich damit gemacht habe. So in den letzten Jahren muss da ein Umdenken stattfinden. Müssen wir da auch als Verbraucher und als Bürger anders darauf reagieren, uns ein anderes Bewusstsein dafür verschaffen? Ja, ich glaube auf jeden Fall. Also ich denke, wir müssen mal wieder zu unseren wahren Werten zurückkehren. Also wir haben uns Scheinwerte geschaffen, die sehr viel auch auf Konsum beruhen und verlieren letzten Endes irgendwo das, was Menschen eigentlich ausmacht. Die Menschlichkeit und die Hinwendung zu den Menschen, zu den Freunden, zu der Familie. Das sind doch Dinge, die zählen. Ich weiß, dass ich mir dann immer Feinde mache, wenn ich jetzt folgendes Beispiel bringe, aber ein Geländewagen ist doch kein Wert an sich, sondern es sind doch ganz andere Dinge. Und deswegen hasse ich auch diese Verzichtsdebatte, um die es dann immer geht. Es geht doch nicht darum, dass wir verzichten, wenn wir zum Beispiel ein kleineres Auto fahren oder vielleicht auch gar kein Auto. Es geht doch um Gewinn, um Gewinn an Lebensqualität und niemand kann doch etwas dagegen haben, in einer sauberen Luft zu leben. Warum liegt Ihnen das Klima so am Herzen? Es liegt mir am Herzen, weil ich mich einerseits mit dem Klima beschäftige und wenn auch nur ein Teil dessen richtig ist, was die Modelle vorhersagen, wovon ich übrigens überzeugt bin, denn die Modelle sind zwar trotz aller Schwächen, aber schon verdammt gut, dann können wir so einfach nicht weitermachen. Und das Klima eignet sich andererseits auch sehr gut, auf diesen Mangel an Zukunftsfähigkeit hinzuweisen. Man könnte andere Themen nehmen, die sind aber nicht so griffig und deswegen ist einfach das Klima auch, glaube ich, bei den Medien so ein Modethema geworden, weil man am Klimaproblem sehr viele Defizite, die die menschliche Gesellschaft aufweist, klar machen kann. Herr Latif, vielen Dank für das Gespräch. Mojib Latif ist Meeres- und Klimaforscher in Kiel und er wurde in diesem Jahr mit dem Deutschen Umweltpreis der Deutschen Bundesstiftung Umwelt ausgezeichnet. Das Preisgeld von knapp 250.000 Euro will er übrigens nicht für die Forschung verwenden, sondern in soziale Projekte stecken. Das war hr-info-Umwelt. Weitere Informationen finden Sie wie immer im Internet. Dort können Sie die Sendung auch als Podcast abonnieren oder einfach downloaden unter hr-info-radio.de. Mein Name ist Tobias Klein. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.